In der Weihnachtszeit ereignete sich ein schockierender Vorfall in der deutschen Stadt Rüsselsheim. Die lebensgroßen Figuren der Krippe, darunter Maria, Josef, die Heiligen Drei Könige und sogar der Esel, wurden Opfer eines heimtückischen Angriffs. Am Sonntagmorgen wurden diese Figuren, die normalerweise Kinderaugen zum Strahlen bringen sollten, von unbekannten Tätern brutal geschlagen, getreten und geköpft. Die Szenerie verwandelte sich von einer festlichen Weihnachtsgrippe in ein verstörendes Schlachtfeld. Die örtliche Gemeinschaft reagierte empört auf diese grausame Tat. Der örtliche Gewerbeverein verurteilte den Vorfall als einen makabren Scherz, was von vielen als Untertreibung empfunden wurde. Ein Einwohner von Rüsselsheim, von der BILD zitiert, kommentierte, Ein Scherz ist, wenn man darüber lachen kann. Was ist lustig daran, Maria und Josef zu köpfen? Ein anderer Bürger äußerte sich auf Social Media und bezeichnete die Tat als barbarisch, betonend, dass Straftaten nicht verharmlost werden dürfen. Besonders brisant ist die Tatsache, dass bereits in den Jahren 2021 und 2022 einigen Krippenfiguren der Kopf abgeschlagen wurde. Vor diesen Vorfällen gab es über Jahrzehnte hinweg keine derartigen schockierenden Ereignisse. Die Polizei ermittelt in diesem aktuellen Fall auch in Richtung einer möglichen religiös motivierten Straftat.